Okay, zum heutigen Spiel. Wir haben im Vorraum schon gewusst, dass das gegen Saugau eine enge Kiste war, weil Saugau ist eine der besten Mannschaften in der Liga. Von dem bin ich überzeugt. Die erste Halbzeit war entsprechend knapp. Wir konnten uns immer ein, zwei Tore ein bisschen absetzen, aber letztendlich ging es dann mit Unentschieden in die Halbzeit. Dann kam unsere Stärke in der zweiten Halbzeit. Beginn der zweiten Halbzeit sind wir davongezogen, so wie ich mir vorgestellt habe, dass es läuft. Das war dann, glaube ich, auf sechs Tore enthält. Dann kam ein kleiner Bruch ins Spiel. Unerklärlicherweise eigentlich, muss ich sagen. Aber letztendlich haben wir es heimgeschaukelt, um einen Tag gewonnen. Ich bin glücklich, dass wir die zwei Punkte hier behalten können, denn auch solche Spiele muss man gewinnen. Wie ihr habt, wie ihr es macht? 25 Euro und ich bin stark für euch nicht. Haut mal da hinten auf den Trommeln, aber alle jetzt. Zack! Wir haben einen Liga. Auf geht's! Glockenzeichen Auf Wiedersehen. Die Pets. Das ist schon ein Ende der Haft. Janik Weitzer. . Applaus 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 ZANG EN MUZIEK 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 ZANG EN MUZIEK